Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde in der Quarantäne, zu einer weiteren Aufnahmesession von Rome Total War 2 Against. Mit mir, dem Jake, als Sparta und dem Inhaber dieses wunderschönen YouTube-Kanals, dem Tobi. Hallo. Wunderbar. Ich glaube, das war die behindertste Begrüßung, die ich je gemacht habe, aber es ist Quarantäne. Alles ist lieb. Ja. Mal schauen, wenn die Folge rauskommt, ob es da immer noch Quarantäne gibt. Ja, nachdem wir heute den 6. Mai haben und die Quarantäne in Bayern ja jetzt wieder ein bisschen gelockert wurde, ist bei uns ja zumindest eh schon wieder deutlich entspannter. Ja, das auf jeden Fall. So, warte, ich bin dran, hatten wir gesagt. Jetzt muss ich einmal kurz gucken, was denn hier eigentlich am Rumlaufen ist. Ähm, ich glaube nämlich, ich hatte alle meine Aktionen beendet und einfach nur, also die Runde noch nicht beendet. Oh ja, okay. Dementsprechend gehe ich dann wahrscheinlich gleich hin. Ja, sieht so aus. Ja, ich muss jetzt dann gucken, dass ich ein bisschen an Nahrung und sowas rankomme, weil sonst, äh, wird dem nix. So. Na dann, gucken wir mal. Da kannst du ja an sich deine ganzen, ähm, Spione dann, äh, zum Clown schicken. Ja. Ich komme mit Ehre und Geschicht. Nee, äh, die wollen mir zwar 5.000 zahlen für Frieden, aber will ich nicht. Äh, nein, das will ich auch nicht. Alles, äh, voller Frieden, Steff da hier. Ich will Krieg. Genau. Scheiß auf den Frieden. Ein Zeichen vielleicht in Form einer kleinen Geldspende und wollen, dass ich Ihnen 6.000 zahle. Warum sollte ich das tun? Weil sie gefragt haben. Ganz lieb. Ach, verdammt. Ah. Das hättest du früher sagen sollen. Dann, 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 dann hätte ich's, ja, dann hätte ich's gemacht. Ja. Die Brojki wollen Frieden und wollen, dass ich dafür Geld bezahle. In welchem Universum lebt ihr nochmal? Ach so, warte mal, sind das irgendwie... Nee, das sind keine Verbündete von den Lugieren. Vor allem, die Brojki hat halt einfach nur eine Stadt. Ja, das war's. Das erklärt auf jeden Fall, warum sie gerne wollen, dass, äh, ich zahle. Also, äh... Wenn ihr mir Geld gebt, dann denke ich darüber nach, weil ich glaube, ihr habt auch keine... Äh, keine Stadt oder sowas. Okay, bei 1.500... Ach so, nee, die wollten mir Geld geben. Ach so. Ja dann. Okay, bei 3.500 ist niedrig. Wie sieht's bei 2.500 aus? Ja gut, nachdem ihr eigentlich eh nichts für mich Wichtiges habt... Dann kann ich mich auf meine Freunde, die Lugier konzentrieren. Beziehungsweise sie mit dir. So, mein Freund. Ich mag das gerade eigentlich nicht, weil, das kann ich sehr gut begründen... Teile von dieser Armee eigentlich tot sind und meine andere Armee... ...noch nicht nah genug dran ist. Warum müssen diese Leute immer alle anrufen, wenn gerade die Aufnahme angefangen hat? Das ist ja mal dermaßen dumm. Naja, das ist ein bisschen Tradition. Äh, ja genau. Automatischer Einruf. In jeder Folge einmal. Ja. So. So automatisch, oder? Ja. Also ich meine, wer weiß, vielleicht kriege ich es hin mit 2 wirklichen Einheiten, die man auch als Einheiten bezeichnen kann, das zu machen, aber... Warte mal, die haben... Ah nee, ich dachte gerade schon, die hätten mir die Stadt gelassen. Was soll denn das? So eigentlich, ähm, man kann immer so sehen, bei einer Stadt, ähm, Verteidigung, sobald man ein oder zwei Pekinierer hat und der Gegner, äh, keine oder kaum Fernkampfein hatten, kann man es gewinnen. Ja. Aber... Das Ding ist eigentlich... Du hast, wenn du keine Garnison, also keine militärischen Gebäude in einer Stadt hast, dann hast du da drin auch eigentlich kaum Garnison. So, und dann hast du da drin, wenn du Garnison hast, nur Scheiße. Ja, das stimmt. So, ich tu dir mal Gefallen und, äh, hol mir keinen General mit einer gepanzerten Elefanten-Armee. Ja, Einheit. Weil mein General ist gerade, ähm, an Alltagsschwäche gestorben. Und da dachte ich mir ja so, ja, aber nöt. 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 So, jetzt können wir mal schauen, also ich weiß nicht, äh, also an sich könnten wir das spielen, aber es ist halt, ja, 95 Prozent, äh, gewinnig. Ähm. Also, ja, naja, du... Das ist irgendwie keine Ahnung, ja, das musst du wissen. Also, ich meine, äh, grundsätzlich würde ich jetzt sagen, das klingt erstmal relativ hoffnungslos unterlegen. Ja. Ja, also an sich, du hast halt genauso viele Einheiten wie ich, aber deine Einheiten sind halt, äh, ja, Stufe 1 Einheiten, sag ich mal, und meine sind halt die, äh, Katafakte. Also, ja, machen wir. Machen wir. Machen wir automatisch. Warum genau muss ich dann jetzt auswählen? Achso, nee. Ja, einfach automatisch, ja. Ja, nee, ich hab gerade gedacht, hab mich gerade gewundert, warum ich jetzt auswählen muss, welche Kampfstellung ich nehme, aber das ist der, ich muss auswählen, ob automatisch da was passiert. Ja, genau. Oh Mann, der hat ja alles, äh, geplündert, dieser Sexspatz. Ähm. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich will, dass du das spielst. Ich weiß es auch nicht, ob du das willst. Puh. Ich weiß auch nicht, ob ich das will. Also, sagen wir so, es ist eine Belagerung. Mhm. Und. Ich. Belagere ich oder belagerst du? Also, wer belagert wen? Also, ich belagere. Also, ich, ich kann noch ein bisschen warten. Äh, das Problem ist, äh, ich hab nicht wirklich Belagerungseinheiten, also, ich hab sehr viele Elefanten und sehr viele Bogenschützen, aber nicht viele, die auf die Mauer gehen können. Können die Elefanten nicht einfach die, äh, Tore einreißen? Nee. Eine Stelle? Nee, das wär, also, ich glaub nicht. Ähm, aber ich werd da einfach ne zweite Armee dazu holen, die eigentlich genauso aufgebaut ist, wie die andere. Aber dann hast du immerhin mehr, mehr Leute, die auf die Mauer stehen. Genau. Er doppelt so viele. Also, äh, fünf Einheiten, statt drei Einheiten schon mal sechs, das wär auch schon mal was. Warte, 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 warte. So, ähm. So, ähm. Wo sind denn meine ganzen Armeen? Wo gehen eigentlich hin? Ähm. Also, die Hansel von drüben stehen wahrscheinlich irgendwo da drüben. Wow. Das ist gut. So. Und hast du sie gefunden, oder? Ja, ich hab, äh, mein Wolfpack und mein, äh, meine 212. gefunden. Und Hansel von drüben, äh, ja, die kommen gerade den anderen zu Hilfe. Ähm. Ähm. Die Herakleiden. Was ist das denn für ein Name? Ähm. Das geht aber nicht. Äh, das die nenne ich. Ähm. 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 Äh. 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 Jetzt, jetzt brauch ich, also, ich hab die Armee jetzt, äh, den Anboss genannt. Und jetzt brauch ich, äh, äh, noch eine Armee, äh, mit dem Namen, äh, der Hammer. Und dann greifen sie dich an. Und auch so richtig zwischen Hammer und Amboss zu zerquetschen. So. So. Kann ich eine Armee erschaffen und sie Rohstahl nennen, oder so? Da könntest du machen. So. Das Problem ist dann aber, wenn ich dann mit Rohstahl Hammer und Amboss kaputt mache, das wäre irgendwie ungünstig. Das wäre sehr, sehr lustig. So. Dann scout ich mal hier weiter. Äh. Und hier scout ich auch mal weiter. Einfach alles mal mit Scouten verbringen. So. Und, äh, ich bin, warte, bin ich fertig? Ich hab noch gar nichts eigentlich gemacht. So richtig. Aber hier kann ich nicht, äh, da kann ich noch was machen. Da kommt ein schöner Tempel rein. Und das war's. Wunderbar. Oh, es gibt, äh, ein Bankett der Rivalen. Mhm. Juhu. Juhu. Einer der anderen Parteien hat ein Bankett in eurer Hauptstadt organisiert, das eure... Was? Das eure Vormachtstellung bedroht. Wie reagiert ihr? Am Bankett teilnehmen, es verbieten, es abbrechen, es boykottieren. Ach. Ich nehm teil. Ja, das ist immer am besten. Ja, weißt du, du zeigst Präsenz und zeigst, hey, ich brauch das nicht verbieten, ich bin cool genug. Am Ende habt ihr ja eh alle keinen Bock mehr da drauf. So, der Feind hat eine Garnisonsarmee getötet, das ist natürlich äußerst traurig. Was? Ich hab eine Rebellion hier unten, warum denn das gesteckt? Achso, ne, mein versteckter Agent wurde entdeckt. Rom hat Kartago den Krieg erklärt, die Gäten mit irgendwem anders. Hier ist noch irgendwer reingelaufen. Wer bist du? Was seid ihr? Adarkische Rebellen. Ja, ihr habt... Ist ja jetzt eh nicht mehr mein Land. Da könnt ihr ruhig plündern. Egal. Eindringling. Ja, genau. Aber das ist, wie gesagt, mega. Bau abgeschlossen. Ähm... Oh! Hä? Was denn? Achso, ich hatte sie, ähm... Ich hab ein Dingens umgebaut und... Hey! Ach, okay. Ähm... Was erforsche ich eigentlich gerade? Den Schild machen. Sehr schön. Ähm... Ja, genau. Und... Ich hab mich gerade gefragt, ob das die andere Kaserne ist. Aber es ist die Kaserne, von der ich dachte, dass das ist... Also alles gut. Ähm... Nahrung. Bam! Ähm... Und... Weil ansonsten, glaub ich, die öffentliche Ordnung komplett zugrunde geht, nehmen wir noch das an. So! Hm... So! Euch mal zusammen... Und... Ihr könnt noch bei denen mit in die Einheit rein. So! Ja! Und... Ihr könnt noch bei denen mit in die Einheit rein. Geht euch hier hin. Und... Und... Die da... Greifen da an. Und... Zack! Das ist, äh... Auch ein automatischer Angriff, weil er über alle Maßen eindeutig ist. Über alle Maßen. Ja. Relativ, ja. Ja. Yay! Mein General hat ein Level abgekriegt. Geh coole. So. Meine Mutter lässt mich ohne diesen nicht in den Krieg ziehen. Was? Äh... Die... Eine von diesen Eigenschaften da, die du wählen kannst. Ach so. Hm. Das ist voll krass. Die Ikenas haben... Fast ganz Britannien jetzt schon erobert. Also jetzt schon, aber... Ähm... Normalerweise sind die Ikener relativ klein bis zur Konföderation. Okay. Hm. Na dann, äh... Sollten wir sie vielleicht mal in den Arsch treten. So. Bis wir da oben sind. Wie geht's euch eigentlich, meine lieben Freunde? Euch geht, äh... Wo ist die Grenze? Ist das schon hier? Müsste eigentlich. Dann rennst du mal hier hin. Ja. Okay, na... Oder? Ich bin mir nicht sicher. Eigentlich ist doch an der Grenze, oder ist es... Wenn Grenze Flüsse sind, nicht. Ähm... Was meinst du? Hm. Problem ist aus. So. Da... Was machst du? Damit sie klauen kann, muss sie in einer angrenzenden Pro... äh... Provinz oder so sein, oder? Äh... Ne, sie... Sie muss einfach in einer gegnerischen Provinz sein. Egal wie weit es entfernt ist. Warum kann ich sie nicht aktivieren? Seltsam. Vielleicht weil sie entdeckt wurde. Ja, oder sie ist zu weit gelaufen. Hm. Auch möglich. Das aktivieren kostet, glaube ich, immer die Hälfte. Gut möglich. So, der... Das ist der. Dann du... Du stehst da und machst dein Gedönses. Ah. Ja, die machen auch ihr Gedönses. Das ist eben jene Flotte. Ah, und das sind die, wo ich schon die Schilder aufgewertet habe. Na, hervorragend. So, dann... Für Tod und Ehre! Oh, wow, das ist teuer. Oder lohnt sich das jetzt schon, weil die anderen beiden noch nicht drin sind? Ja, egal, ich muss trotzdem. So. Oh. Und hier reicht es dann aber auch nicht für alle. Hey. Gott, ey. Man merkt es so krass, wenn man eine Weile nicht Rome spielt, sondern viele andere Spiele. Und dann... Einfach die Klickabstände und das alles nicht mehr... Richtig... Sind... Na, man braucht da immer... Also, was... Bevor ich... Bevor ich das mache... Erstmal jetzt gucken... Wegen Bauen. So. Ja... Genau. Das brauche ich nämlich alles überhaupt nicht. Minusnahrung finde ich eigentlich uncool. Können wir das... Wachstum... Wachstum... Das klingt gut. Das ist auch gut. Und... Und... Das da kann man... Einreißen. Dann kann ich hier irgendwas zusammenziehen. Euch zwei kann ich zusammenziehen. Dann geht ihr noch... Da mit rein. Und... Mehr lässt sich da nicht machen. Zu mal zu ihm... Und gib's ihm... Noch eine Einheit Obliten... Warte mal... Hat der... Keine Fancamper? Kann das sein? Das wäre gut für dich. Kann es sein, dass die Strategie irgendwie anders war? Was ich überlegt habe... Das ich überlegt habe... Dem... Eigenartig. Was genau machst du denn hier gerade? Ja... Ja... Du hast eine normale Armee auf... So... Wie ich die... Normalerweise... Aufbau... Du hast eine sehr untypische Armee... Du... Ich... 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 Aber... Äh... Ich weiß jetzt gerade beim besten Willen nicht... Welchen... Eins... Zwei... Drei... Vier... Vier... Zwei... Okay... Dann... Gehst du hier... Nochmal hin... Wie... Ja... Und... Stimmt das jetzt noch? Ja, okay, gut. Was auch immer ich geplant hatte, es wirkt irgendwie seltsam. Vor allem mit den vielen Hopliten, weißt du? Also ich meine, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich mache einfach eine Armee gegen dich oder so, da würden ja die Pekiniere deutlich mehr Sinn machen, oder? Also du hast nur eine Armee mit tausend Hopliten oder was? Also fast. Ich habe vier Einheiten Piken und der komplette Rest sind Hopliten gewesen. Ich habe es jetzt geändert, aber trotzdem. Ja, ich glaube, du wolltest eine Armee auf traditionelle Weise machen, glaube ich. Also auf Sparta-Art. Ich weiß, ich wollte eine sehr unspartanische Armee aufstellen, aber... Sehr, sehr seltsam. So, was ist denn da unten? Muss ich jetzt auch noch das einnehmen? Mann, oh. Gut, okay. So, achso, du rekrutierst. Ich muss jetzt nochmal kurz gucken, wo die restlichen Einheiten sind. Jetzt, wo ich hier zumindest mal wieder einen Überblick habe, was eigentlich Stand der Dinge ist. So. Wenn mich nicht alles täuscht, dann müsste da oben... ...nochmal was sein. Aber... ...woher... ...vorher, vorher, vorher, vorher... ...oder... ...ne, ist mir egal. Wir marschieren... ...hier hin. So. Gut. Dann... ...was ist, glaube ich, für den Moment. Alles klar. Na, drei Runden... Tö, 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 tö... Ja, wenn das halt so weitergeht, dann, glaube ich, habe ich in... ...Pul portrayalte fullness De achievement und nicht mehr Ok! Ja, doch! Ich kann selber gut sein. Musik 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 Musik